Und willkommen zurück zu The Walking Dead Part 4 und mal gucken, wie es weitergeht. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt im Melken? Da, wo unsere Familie ist? Okay. Irgendwas ist mit dem Gebäude. Ich glaube nicht, dass sie Benzin haben, Kenny. Alter. Ja, die kommen einfach alle aus dem Nix oder was? Und das war's. Doch nicht für Duck. Ich dachte für einen Moment, haben wir das jetzt umsonst gemacht? Wer ist denn die süße Maus und der süße Hase? Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht. Irgendwie sieht der ja aus wie ein guter alter Freund aus der Serie und aus den Comics, nicht wahr? Aber ich rede hier von dem siebsten Glenn. Ja, wir sind ganz krass. So ist es. Ja, aber auch nicht nur ein kleines Mädchen. Wir haben auch noch einen Jungen. Einer Minute. Ey, du musst kurz warten. Richtig. Sie ist ein Arschloch. Sie hat nicht Unrecht. Sie ist die Anführerin. Ich wüsste nicht, was ich da sagen soll. Ey, kannst du das glauben, Frau Frau? Das ist meine Frau. Ich kann die Respekt. Mein Junge wird nicht um ein ragser Lundin. Das stimmt. Das ist wichtig. Denn dieser Junge ist viel zu behindert. Der kann nicht aggressiv und alles sein. Er wurde nicht gebissen. Krass die Sache. Alter, wer der Typ stresst mit uns? Das ist der Typ. Dad, es ist nur ein Junge. Lilly, ich werde das machen. Aber dein Herz, Dad. Du musst dich aufrufen. Es ist sowieso er oder dein Sohn. Ich sage, es ist ihm. Richtig. Vernahm nochmal. Weißt du was? Ich brech da für die Beine. Da können wir abhauen und du hast gefressen, du Wichser. Wenn es dein Mädchen wäre. Hä? Habe ich jetzt das mit dem Verbrechen gesagt? Scheiße. Egal. Mann, die macht die ganze Stimmung kaputt. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Mann, ich glaube, wir können ihn abhauen. Ein kleiner Junge? Du bist ein Uncontrollable Mann-Eater. Das wird nicht passieren. Es ist nicht. Und wir werden ihn abhauen, jetzt. Äh. Nein, du bist nicht bemerkst, der Junge. Du bist nicht bemerkst, jemanden. Du bist eine kleine Mädchen, ich versuche, zu retten, hier auch. Boah. Ey, der gibt ihm ja richtig Schatz. Was? Los, nie. Renn. Renn. Du bist Usain Bolt. Komm on. Oh, 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 oh. You spammin. Oh. Nice. War da schon wieder die Dame? Die ist vergammt? Boah. Ich stehe voll auf die, ne? Die weiß, wie man mit einer Pistole umgeht. Oh, oh. Oh, oh. Uh, oh. Oh, oh. Everybody down. Stay quiet. They're gonna get in. Shut up. Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and a richie trigger finger. That was stupid. That was... Oh, oh, oh. Sure. I got a heart attack. Was ist mit ihm? Ja, 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 ja. What's wrong with it? It's his heart. My pills. Um, nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy, since we got here. Please try to get in there. Behind the counter, where the pills are. We'll get in there somehow. Thank you so much. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my desk. Ja, wir müssen das irgendwie tun. Wir wollen ja nicht genauso scheiße sein wie die, ne? We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore is not a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible, so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel, not too far from here. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. You're wrong. That's great. Can you see that? Good. All right. Silence is consent. That's the plan. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in the top five. Hab ich das gerade auf vier gedrückt oder auf drei? Cool. Er hat nämlich nichts gesagt. Ich hab auf drei gedrückt, bin ich mir sicher. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on them. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it? And I'm Carly. Okay. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rain. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. Hey. You got it, boss. Now get him, those pills. Oh, der Blick. Der Blick. Habt ihr es gesehen? Ey, Kenny gibt gerade richtig gute Befehle. Wir sind sozusagen seine rechte Hand, finde ich. Ich meine, guckt uns an, wir sind geil. Und diese, wie heißt die? Lily, ne? Die hat gerade richtig mad geguckt, als Carly gesagt hat, okay, Boss. Im Sinne von, sie ist, glaube ich, halt eher die ganze Zeit hier die Bossfigur gewesen. Und jetzt ist Kenny da. Ah, es wird noch, glaube ich, zu Streitereien kommen. Wir gucken mal in die Essencebox. Nobody got a chance to donate anything, before this all went down. Okay. Central High-Tech-State. Paper's a week old. Feels like years. Radio. Ich weiß doch, was es ist. Das habe ich ja schon mal gemacht. Da. Ja, okay. Sie gibt es zu. I don't really know what to look for. Hä, du weißt doch wohl, wie Batterien aussehen, aber na ja. Oh! Dieser Blick. Oh, dich fick ich auch noch. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's three days out from her last cup of coffee. Äh, du hast dich tapfer geschlagen. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. Hmm. She was an asshole. But, you know. Yeah. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You could never tell who the heroic ones are going to be, I suppose. He's kind of cute. In that parents' basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. Da steht wohl jemand auf Doug. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. Ich durfte so nach Batterien. I'm still looking for Batteries for that day. Thanks. I appreciate it. Kein Problem. You'd better get back to it. Yep. So, dann gucken wir doch mal weiter. Okay. Okay, wir gehen mal mit Doug. Doug, Doug, Doug. Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, hmm. Hmm. Wir gucken uns das mal an. Sure. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noises. Ja, klar. Klar. Ich wollte nicht da draußen nach Sexualpartnern suchen. Glaubt mir, Doug, okay? Ich bin ganz ruhig. Jesus. Ach du Scheiße. Es ist schon Nacht geworden. Es ist richtig viele Untote. Ich glaube, ich bin ganz ruhig. 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 Ich bin ganz ruhig. Oh! 9 Oh shit What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he might have the pharmacy keys Finish I don't know, it could be anybody, you know? They start rotting and get all cheated and shut up and shut up Then it's just the brother of Lee, no Look at the uniform though He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys If we did somehow prove that he worked here I think it'd be worth it I'll see what I can find Okay Dann will ich gern mal wieder rein Let's head back inside Okay Wir können ja sowieso nicht das Tor öffnen Das wäre ja Selbstmord Ähm Ich werde mich einfach drinnen umsehen, würde ich sagen Reicht nicht so ein Bild? Können wir nicht so ein Bild nehmen? Der ist doch der Bruder Die Eltern Batterie Hey Er ist eine Batterie gefunden Das ist doch nice Was haben wir hier? Grußkarten Und ob man die jetzt noch Monshan braucht? No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead gods So ein scheißer Bauch Ich habe nichts verstanden Ich weiß nicht, mein Hey, kein Problem. Wie geht es, Duck? Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass Familie tot ist. Sie ist nur ein kleines Mädchen, Ken. Lisa, sie hat nur ein paar Tage auf ihr eigenes Leben. Das dauert schwer. Aber du hast keine Ahnung, welchen emotionalen Schmerzen passiert zu ihr jedes Sekunden, ihre Familie ist weg. Wie ist der Plan? Ich denke, es ist ziemlich gefährlich. Also, wir sollten uns warten, um zu warten. Du hast gesagt, dass deine Familie von hier in Macon ist? Das stimmt. Wo sind sie? Wir müssen sie suchen? Ich weiß nicht. Komm. Wir sagen ihnen die Wahrheit. Ich vertraue denen dreien. Außer, okay. Duck ist ein Idiot, aber... Ich sag's ihnen. Alles in Ordnung mit euch. Ja, klar. Wir sind einfach gut. Wir sind einfach gut. Wie geht's dir, Duck? Wir haben alle viel überrascht. Lee? Du hast einen Sekunden? Ja, klar. Ja, klar. Komm. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Ja. Wir haben versucht, ihn wegzuholen. Wir werden nicht mehr überrascht. Nein. Wir werden nicht mehr überraschen. Wir werden nicht mehr überraschen lassen. Wir haben nur einen kleinen Jungen verraten. Nein. Ich würde mich einfach irgendwie schicken. Ich werde das immer wieder tun. Auch wenn ich nicht mehr überrascht werde, was es vielleicht nur einen schönen entreten, ich werde mich nicht mehr überraschen lassen. Ich werde mich wiedergeben. Wir kriegen jetzt erstmal einen Riegel. Ohne Witz, ich werd mit der Fotze erst gar nicht reden. Leck meine Eier. Die liegen auf den Sack. Was ist das? Energieriegel. Ja, Hammer. Die Folge jetzt wird etwas länger, einfach nur, weil ich mit allem reden will, ne? Nichts. Ist er okay? Ja, ich denke so. Du machst einen guten Job. Kann ich dir nichts bekommen? Ich bin okay. Vielleicht bin ich ein bisschen hungry. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht verstanden habe. Kein Problem, kein Problem. Wir sollten uns kennenlernen. Oh, ähm... Bist du okay? Was? Ja, ja, ich bin okay. Ich, äh... Ich bin gut. Das ist gut. Hm. Ja, ich denke so. Being good is good. Oh, Alter. Yep. Lee, was laberst du? Was ist so tief? Okay. Naja, okay, geil. Ich glaube, weil hier doch noch einiges zu tun ist. Batterie. Machen wir das einfach in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, bis dann und denkt immer dran. Love ya. 195 Ja.